Geheimnisse in der paleohebräischen Hieroglyphen-Schriftform Ur-Hebräisch Die ersten beiden Buchstaben ergeben zusammen Av, welches Vater bedeutet. Der erste Buchstabe Aleph ist der Anfangsbuchstabe für Av gleich Vater. Der zweite Buchstabe ist der Anfangsbuchstabe Beth für Ben. Welches Sohn heißt, also zusammen Vater und Sohn. Der erste Buchstabe Aleph ist auch der Zahlenwert 1. Der zweite Buchstabe Beth bedeutet Haus. Diese Hieroglyphe ist auch das Bild eines Zeltgrundrisses. Somit hat es die bildliche Bedeutung des ersten Hauses oder Tempels. Wir haben die gesamte Wahrheit in der Bibel und der Herr Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben vor Grundlegung der Welt alle Geheimnisse in der Schrift offenbart. So ist es erstaunlich, dass sich dieser Heilsweg auch in der Bildersprache der Hieroglyphen aufzeigen. Der Herr Jesus sagt von sich selbst, er ist der Anfang und das Ende. Der Anfangsbuchstabe Aleph zeigt den Anfang aller Dinge an. Der letzte Buchstabe der paleohebräischen Schrift ist Taf, welches in Hieroglyphe als Kreuz dargestellt wird. Und der Herr hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Somit die letzte Handlung vollzogen. Vertraue auf Gott durch den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Lies in der Bibel. Erkenne die einzige und alleinige Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Weg. Lass dich von den trügerischen und philosophischen Lügen der Menschen nicht verwirren. Lies in der Bibel. Alles, was dort geschrieben ist, ist die einzige Wahrheit, wie der Herr Jesus von sich selbst aussagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Licht der Welt. So lass dich erleuchten in deinem Herzen von dem Herrn Jesus Christus. Amen.